Hallo Leute! Hallo! Hallo! Wir spielen heute auf HePixel Cops and Crimms oder Criminals, was auch immer. Das ist so ähnlich wie Counter-Strike, oder? Ja, das ist sozusagen Counter-Strike. Das heißt ein bisschen anders. Und wir sind hier gerade die Cops. Beides. Und wir müssen ihn verhindern, dass die Criminals die Bombe ersetzen. Ja, selbst machen wir. Und damit ihr die Waffen und so alles seht, müsst ihr am Anfang, wenn ihr in die Lobby von Cops and Criminals joint, bestätigen, dass ihr das Resource Pack wollt, damit ihr die Waffen seht, damit das automatisch runtergeladen wird. Oh! Ich habe einen gemessert! Oh! Ich bin schon. Oh! 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 Hey! Oh! Oh! Was hat er denn für ne Wache, dass er mich mit einem Schuss fast tötet? Ne Sprotzeit geht, Olo nis weiter. Hä? Was ist alles, was mit der Hekmacht hat? Vollkommen. Ah nein, ich lade danach, Mixer! So, den lade sich von hinten. Äh, du wirst umgeben von Roten, du Polo. Du warst umgeben von Roten. Hä, die stehen nebeneinander, die werden es nicht, jetzt sieh das. So, boah, der Gembu. Nice. Ja, ich wollte den auf jeden Fall nutzen. Ich hab den nicht mal abgeschossen, ich bin davon neben den gelaufen und hab den Header getötet. Nein, die machen alle Heer an die zwei hier. Der steht auf einer geilen Position. Der Gembu ist der Beste. Das Blau noch gewinnt eigentlich. Soccer kicken. Der meint bestimmt mit Soccer Fußball. Aber Soccer schreibt man ein bisschen anders. Wo war der das denn geschrieben? Der Name. Von dem. Blau. Soccer kicken. Und der will Socken kicken. Und hat's auch mal geschrieben. Das macht's nicht besser. Ja. Was? Die Bombe? Die Bombe. Die ist nicht bei A. Die Bombe. Die ist nicht bei A. Die Bombe. Die war zu B. Hätte ich denn nicht gegönnt. Die haben so gut gespielt. Ah. Ich lauf wieder meinen Weg. Da ist's gut. Ach so. Damit will ich es nicht aber ansprechen. Was? Ein Name. Hab ich doch schon. Achso. Echt? Ich darf ja ein Video dazu machen. Alter. So. Ja ok. Das wusste ich nicht. Ich bin da oben. Guck mal da rein. Ob da einer kommt. Machst du jetzt. Mann hey. Was für meine Steuerung. Kommt einer. Nein. Die kam mir da draußen hoch. Doch jetzt kommt's welche. Nachnamen. Da oben ist einer. Da oben ist. Jan. Über dir. Über dir. Ich hab die Granate hingeworfen. Ah nein. Ich hab die Granate hingeworfen. Ah ich bin tot. Nein das ist deine. Die ist wieder runtergekommen. So blöd. So blöd. So blöd. Ja also. Über dir. Über dir. Das heißt das Video nur noch gesehen habe. Ich heiße. Ich brauche eine Bombe. Haha. Haha. Demo noch da rum. Ja der schon noch da rum. Und Jan hier in das Haus ist auch einer. Gegenüber in das Haus da. Machst einer rein. Ja. Ja. Da die Bombe. Wo ist der? Ja da ist ein da ums Eck. Warte. Der hier draußen ist er. Wie viele sind da Dani? Da ist ein 3. Ah die hab ich nicht gesehen. Ah die hab ich nicht gesehen. Das sind 3. Ja ich war neben dir alter. Ich hab die umricanии gesehen grad. Ahahaha. Ahahaha. bobo und wieder lebt nur sockerkicken der gammelt bei b sei drum kann ich hatte eine schrotze aber ich bin top cop wenn du mir sagst dass der da irgendwie reingelaufen ist ins haus dann ist ja doch okay das bringt recht wenig wer da draußen ist und den nickel noch so das bringt wenig wenn er da draußen ist mit drei anderen leuten ja das habe ich nie gesehen ja weil du mir fotzebisch eine kleine fotze oh da würde auch aua alter der hat mich mit einer waffe auf einer im herzenrunde gehauen da kommt gleich klar da war durch das denn eeeh es lebt nur noch ein roter ja das ist der der steht da der steht da der hat nur ne pistel der hat die bombe jetzt sind wir kriminelle naja ich muss ja wieder fischler der usp Wer hat die Bombe? Ich nicht. Der Bolo vor dir. Welcher Spieler ist der hier oben? Die kommen bestimmt gleich wieder, Jan. Der Divino 0-9. Ja. Ah, die Divino 2-4-2 sind die hier. Wo geht denn der Bolo hin? Warum ist denn keiner? Da steht einer auf der Stelle. Oben! Da weggemacht. Da oben? Ja, den habe ich schon weggemacht. Da geht die Galade hoch. Oh fuck! Wo ist denn hier deine Dani? Alles klar. Hey, überwiegst der C4. Ja, Dani. Ich habe C4, Dani. Da oben ist einer. Ich blende. Komm zu A rein. Ja, ich komm. Komm rein. Wir müssen die bewachen. Ja, ich bin. Bewacht die C4. Hola, Senor. Hey, ich habe nur noch ein halbes Herz. Da kommen sie, da kommen sie. Einer bin ich weggemacht. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da oben ist schon einer. Wo, wo, wo? Obendrauf. Ah. Das ist doch ein rot. Ah, das ist doch ein rot. Ah, wir haben gewonnen. Super. Ich habe C4. Ja, ich kann mir eine M4 holen. Ich hole mir wieder eine Schrotze. Ich bin die Schrotze am besten. Ist die schlechteste Waffe, aber ich kann damit am besten einfach. Ich bin eh Nahkämpfer irgendwie. Nahkämpf. Nahkämpfer. Guck mal, ob sie jetzt hier oder kommst. Dani kommst kurz. Dani kommst mit. Ich lass jetzt Bombe. Ja, okay. Oder da mehr. Ja, ich komm auch mit. Warte. A. A. Ja, geh mal auf A. Oder was war das gerade eben? Ja, A. Ja, okay, dann A. Hier ist A. Ja. Guck mal rum. Da oben ist einer. Hier. Ne, ich habe ihn. Hab ich ihn? Ne, du hattest ihn, glaube ich. Ich hab, ich hab den nicht mal gesehen. Ich hab einfach nur verwirrt. Jetzt, schützt mich. Jetzt, ich setz die. Okay, ist gesetzt. Schützt. Ich guck hier drin, ob da einer kommt. Da kommt einer. Hä? Was ist mit dem Typ los? Der spackt überall rum. Da kommt gleich einer. Schützt. Pass auf, Dani. Die Hilfe. Da ist. Domi, passt nur dort auf. Ich pass hier drin auf. Domi steht da einfach rein und guck hier rüber. Geht da zur Leiter rein und guck hier rüber. Da kommt einer. Ah, hier ist einer von uns. Ups. Da kommt. Kommt einer. Ja. Egal. Wir haben gewonnen. Ich tot. Wir haben trotzdem noch getötet. Nein, du stirbst jetzt. You died, Barnabob. Nein. Nein. Oh, Scheiße. Wird wegrennen sollen wir, Idioten. Hä, nein. Du hast trotzdem gewonnen. Wurscht. Trotzdem, ey. Hä, ich habe wieder das C4. Ja, weil du es so gut gemacht hast. Laufen wir wieder da rüber. Auf A. Ja, wartet auf mich. Ich habe C4. Ja, ich warte vorne hin. Hä, das ist jetzt schon mal die dritte Runde nacheinander, wo ich C4 habe. In der ersten Runde habe ich es genommen. Dann bist du schon losgelaufen? Ja, bin ich hier. Jetzt bin ich. Ah, ja, das ist auch eine AK. Ich habe eine Schrotze. Pass hinten auf. Na mir, falls du vorne auf. Ich habe eine Schrotze. Obwohl, halt ich in uns. Ich habe eine Schrotze. Jetzt gehört da die. Super. Hier hinten ist keiner. Da oben ist noch einer. Oh, da. Ja, wie soll ich den sehen? Hä, ich sehe den. Du stehst nebenan. Ich sehe den von unten. Ich habe seine Karate. Warte, ich lag nach. Wo? Ja, ich tue nur Lahn. Ich habe nur noch einen Schiss. Okay, setz. So, ich passe schon wieder drin auf. Ja. Ach, du bist du drin. Ja, ich habe gerade gehört. Ja, ich habe gerade gehört. Warte, ich lasse da hin. Warte, ich lasse da hin. Pass auf, jetzt kommen wir rein. Ah, nein. Alter, was hat der für die Waffe? Domi, pass auf. Der kommt jetzt wieder ums Eck. Da haben wir mal kurz schnell. Das wird wieder voll rumgespackt irgendwie. Vielleicht nur noch 15 Sekunden. Ah. Ah, fuck. Hätte schon noch ein bisschen aufhalten müssen. Ey, das ist der Letzte. Ja. Der hat gewonnen, wenn der es schafft. Ich weiß schon, ob der es noch schafft. Neu. Oh, Alter. Oh, Alter. Das sind zwei Sekunden. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt habe ich Bombe nicht mehr. Das ist auch schlecht, mach, du. Hä, das ist aber irgendwie echt so. Jede Runde, wo ich die gesetzt habe, haben wir gewonnen. Und dann habe ich sie wieder gekriegt. Ja, wahrscheinlich wegen dem. Hä, wir haben nur noch einen Gegner. Ernsthaft. Hä. Also direkt drauf, Alter. Hey, das ist der, der gerade eben gewonnen hat. Ja. Ja, guck, die anderen wollen alle rausgeschmissen werden. Er hat es gut gemacht. Hä? Der ist hier irgendwo. Der ist hier irgendwo. Der ist hier hinten. Der ist tot. Game over. 50 Kabel. State the roll game. You have the total of 29 coins. Super. Okay. Ja, das war das schon, weil das ging jetzt 13 Minuten. Ah, okay. 13 Minuten. Ja. Okay. Jo, also gut, dann könnt ihr es auch mal zocken auf Hipixel. Äh, genau. Dann würde ich mal sagen, ändert eure Minecraft Namen, super toll. Und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.